Am Ende 2022, Weihnachten steht vor der Tür. Der alte Rechner klappt zusammen oder einer eurer Lieben will zum Geburtstag einen Spiele-PC? Dann bleibt dran, wir gehen heute sinnvolle Beispielzusammenstellungen mit verschiedenen Budgets im Schnelldurchlauf durch. Alle weiterführenden Erklärungen, Grundlagen und Zusammenstellungen findet ihr in unserer Gaming-PC-Kaufberatung unter pcgh.de. Den Link zum Artikel packen wir euch in die Beschreibung. Wenn ihr allgemeine Fragen oder selbst gute Vorschläge habt, dann schreibt sie uns in die Kommentare mit dem Hashtag fragpcgh. Legen wir los! Im Vergleich zum letzten Jahr hat sich einiges getan. Grafikkartenpreise sind seit dem Ethereum-Merch und dem Wegfall profitabler GPU-Crypto-Mining-Operationen endlich wieder humaner. Nicht unbedingt günstig, aber bezahlbar. Bei den GPUs legen nicht nur Nvidia und AMD aktuell nach, denn auch Intel baut jetzt Grafikkarten, die durchaus für Technik-Pioniere und Spieler interessant sein können. Nvidia hat mit der Ada Lovelace-Generation die bis dato schnellsten Spielekarten auf den Markt gebracht. Dafür sind die Preise aber auch im 1.500 bis 2.200 Euro-Bereich für die RTX 4090 und 4080. Das dürfte für die meisten nachvollziehbarerweise viel zu viel sein. AMD liefert wiederum am 13. Dezember die neuen Radiance mit der RX 7900 XTX und XT, die voraussichtlich um die 950 bis 1400 Euro liegen werden. Bei den Prozessoren ist auch einiges in Bewegung. Intel bleibt beim Big-Little-Prinzip und konnte mit Raptor Lake überraschenderweise doch wieder die Spielekrone ergattern. Das, obwohl AMDs Ryzen 7000er CPUs zu Release durchweg beeindruckend waren und auch noch bleiben. Rocket Lake unterstützt beim Arbeitssprecher sowohl DDR4 als auch DDR5. Bei AMD gab es einen harten Schnitt. Ryzen 7000 ist nur mit den neueren DDR5-Regeln kompatibel. In unseren Konfigurationen findet ihr allgemeine Vorschläge, die ihr aber natürlich auch selbst abwandeln könnt oder eher solltet. Legen wir doch mal mit den günstigeren Beispielen los. Wer jetzt einen Spiele-PC sucht, der wird preiswerter Hardware in den immer noch performanten, aber älteren Generationen finden. Das dürfte nicht überraschen, das allerbeste und neueste kommt immer mit dem Early-Adopter-Preis. Privatauktionen mit gebrauchter Hardware können zwar noch einige Euro einsparen, aber behaltet die bekannten Risiken im Hinterkopf. Insbesondere, wenn keine Restgarantie dabei ist. Bei den Prozessoren wären Angebotsschlager wie der AMD Ryzen 5 5600 für ca. 140 Euro oder der noch etwas ältere Intel i5 10400F für ca. 105 Euro denkbar. Beide verfügen über sechs Kerne und genügen CPU-Leistung für durchschnittliche Spiele-Szenarien. Vier Kerne können in manchen Spielen zum Flaschenhals werden. Bei den klassischen Boxed-Versionen liegen jeweils noch CPU-Kühler dabei, die nicht unbedingt durch Qualität, dafür aber als günstige Wahl völlig valide sind. Ein weiterer Kauf wäre nicht notwendig. Gerade bei effizienten Prozessoren wie dem Ryzen 5600 und dem i5 10400F, die für einige Jahre noch genügend Kraft unter dem Heatspreader haben sollten. Besonders in GPU-limitierten Szenarien, etwa wenn man in 4K-Auflösung spielt. Der Intel-Prozessor ist zwar etwas schwächer und unterstützt nur PCIe 3.0-Anbindung statt der moderneren 4.0, ist dafür aber auch insgesamt günstiger. Problematisch wird die PCIe-Anbindung bei manchen Karten wie der RX 6400 oder 6500 XT, bei der der Performance-Einbruch gravierend sein kann. Ältere PCIe 3.0-Karten wie etwa eine GTX 1080 Ti hätten diese Problematik keineswegs. Und auch der Unterschied bei vollen 16-fachen PCIe 4.0-Karten hält sich in der Regel zurück. Bei AMDs Ryzen 5600 gäbe es PCIe 4.0, beim Ryzen 5600G, der als APU bereits eine Vega-Grafikeinheit mitbringt, allerdings nicht. Als erschwingliche, aber solide PC-Basis bieten sich günstige DDR4-RAM-Kits im 3000- bis 3600er-Bereich mit 16 GB für ca. 50 Euro an. Die G-Skill RipJaws 5 sind eine gute Anlaufstelle dafür. Bei der SSD sollte man auf 500 GB oder noch besser direkt 1 TB setzen. Die Kingston NV2 ist gerade für ca. 60 Euro erhältlich und für den Preis kann man sich nicht beschweren. Beim Netzteil dürften qualitative Gold-Modelle um die 500 bis 600 Watt ausreichen, wie etwa ein Be Quiet Pure Power L für ca. 60 bis 65 Euro. Als Gehäuse kommen alle möglichen Midi-Tower in Frage. Da sind auch Gehäuse im 30 bis 50 Euro-Bereich völlig in Ordnung. Das Aerocool AAR für 50 Euro wäre ein Beispiel von vielen. Je nach Preisschwankungen kommt man für die Basis auf ca. 225 Euro. Dazu kommen noch CPU, ein dazu passendes Mainboard und eine Grafikkarte. Bei den GPUs sollte man für 2022 bzw. eher 2023 lieber Karten über 4 GB Videospeicher nehmen. Denn sonst kann es auch bei Full-HD-Auflösung heutzutage zu knapp werden. Bei zu wenig Speicher können Ruckler und längere Ladezeiten für Texturen und Modelle im direkten Gameplay entstehen. Für absehbare Zeit, eher fragwürdige Grafikkarten wie die RX 6500 XT, Intel Arc A380 oder eine GTX 1650 solltet ihr nur bei äußerst beschränkten Budgets als dauerhafte Lösung in eurem Spiele-PC in Erwägung ziehen. Ansonsten wären Karten wie die RX 6600, die RTX 2060 oder eine Intel Arc A750 gute Anlaufstellen. AMD im Doppelpack ist für durchschnittliche Spieler in diesem Preisbereich insgesamt wohl die sinnvollste Wahl aus mehreren Gründen. Erstens sind die Treiber der RX 6600 deutlich fortgeschrittener als Intels und mit 8 GB Videospeicher dürften die meisten Full-HD- und Wiko-HD-Spiele völlig auskommen. Der Ryzen 5600 ist eine effiziente CPU, die sich bei Upgrade-Bedarf später auch auf einen deutlich schnelleren Ryzen 7 5800 X3D aufrüsten lässt, ohne die restliche Systembasis großartig verändern zu müssen. Beim Mainboard kann ein Upgrade von vornherein eine gute Idee sein, etwa zum MSI B550A Pro. Der ehemalige Preistipp hat sich mittlerweile auf knapp 150 Euro eingependelt. Wenn ihr später ein GPU-Upgrade plant, dann hättet ihr bis auf das Netzteil einen sehr soliden Upgrade-Rechner. Je nach späteren GPU-Wunsch ist ein Netzteil schätzungsweise mit 650 Watt zukunftssicherer. 500 Watt können ansonsten schnell zu knapp werden, auch wenn etwas günstiger. Ein Setup für ca. 460 Euro mit APU wie dem Ryzen 5600G kann als Übergangslösung durchaus eine Option sein, solange ihr mit den starken Einschränkungen erwartungsgemäß umgeht. Ein Aufrüsten auf beschränkte Karten wie zur RX 6400 fällt durch den fehlenden Support von PCIe 4.0 da aber raus. Dafür sind aber andere PCIe 3.0 oder 16-fach angebundene PCIe 4.0 GPUs denkbar, etwa bei älteren, nicht mehr erhältlichen Karten aus der Turing-Generation. Durch den Sockel wäre ein Aufrüsten zu einer PCIe 4.0-fähigen CPU wie etwa dem Ryzen 5 5600 kein Problem. Sinnvoller ist aber gleich der Griff zum vollwertigen Rechner. Bei der Rechnerbasis mit Arbeitsspeicher, Kühler, SSD, Netzteil und Gehäuse braucht es nichts Ausgefallenes. Die RipJaws 5 mit DDR4 3600 CL18 für ca. 53 bzw. 98 Euro für 16 oder 32 GB RAM reichen völlig aus. Und beim Kühler sind normale Aircooler wie ein Arctic Freezer 7 für 20 oder ein Skyfoamer 2 für ca. 60 Euro ideal. Bei Netzteilen gibt es aktuell einige Preisschwankungen, aber das Enamex Revolution DF mit, sagen wir mal, 750 Watt für 90 Euro ist eine einwandfreie Empfehlung. Die Gehäusewahl bleibt häufig situativ. Für manche reicht etwa noch das höhere Gehäusebeispiel mit dem Aerocool Ohr für 50 Euro. Bei anderen wäre das LC-Power 804B für 80 bis 90 Euro was. Und für Sparfüchse gibt es auch hin und wieder Angebote für Oberklasse-Gehäuse wie dem Fractal Difference 7. Die Preise schwanken, daher lohnt sich immer wieder ein kurzer Gegencheck, welche Angebote gerade verlockender aussehen. Während bei AMDs Ryzen 5000er CPUs nur DDR4 unterstützt wird, ist bei Raptor Lake der Griff zu DDR5-Speicher durchaus eine Überlegung wert. Voraussetzung wäre dafür allerdings auch ein DDR5-Mainboard. Intels Raptor Lake CPUs funktionieren einwandfrei mit den älteren Sockel 1700er Platinen, wie der Z690-Serie. Allerdings kann ein UEFI-Update je nach Alter erforderlich sein. Bei den Grafikkarten hat in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis aktuell eindeutig AMD den Vorteil. Nicht nur die Rasterizing-Performance kann sich sehen lassen, auch der Videospeicher ist üppiger bestückt als bei der grünen Konkurrenz. Dafür hat Nvidia allerdings eindeutig die flüssigere Bildrate mit Raytracing zu bieten. Wenn Raytracing bei euch nur eine Randnotiz im Alltag ist, dann bleibt AMD auch preislich im Vorteil. Für neugierige Spieler gäbe es noch Intels Arc A770, die nicht nur genügend Videospeicher, sondern überraschenderweise auch beim Raytracing beachtliche Ergebnisse vorweisen kann. Der Knackpunkt wäre bei Intel der noch teils geplagte Treibersupport. Bei der ersten Beispielempfehlung für ca. 1550 Euro nahmen wir etwas mehr Leistung in den Vordergrund, sodass auch 4K-Monitore locker befeuert werden können, spätestens mit FSR-Upsampling. Der i5-13600K oder KF ist für Spieler die beste Wahl, um auch auf Jahre hin genug Power für kommende GPU-Boliten zu haben. Die RX 6800 dürfte aber ehrlich gesagt mit 16GB Dicke reichen. In unserem zweiten Beispiel für ca. 1100 Euro, den wir für preisbewusstere angepeilt haben, die mehr Leistung als beim 750-Euro-Setup wollen, findet ihr einen Ryzen 7 5700X und eine RX 6700XT mit 12GB wieder. Bei beiden Empfehlungen lässt sich noch mehr sparen, solange man auch bereit ist, bei der Performance und der Zukunftsorientierung zu sparen. Als Alternative zum Ryzen 5700X mit 8 Kern lässt sich problemlos erneut der Ryzen 5600 ins Spiel bringen und mit einem günstigeren Gehäuse lässt sich auch problemlos unter 1.000 Euro ein rentabler Spielerechner zusammenbauen. Ähnlich sieht es beim Intel-Build aus, denn Varianten wie der i5-12600K können etwas einsparen, nur darf man dann natürlich nicht mit der gleichen Leistung rechnen. Beim dritten Beispiel griffen wir mal zur Kombi mit einer RTX 3060 mit 12GB und einem Ryzen 5 5600. Günstigere Hardware ist nicht automatisch schlecht oder unausgewogen. Mit der RTX 3060 lässt sich angenehm in Full-HD-Auflösungen spielen. Wer noch rund 30 Euro sparen möchte, kann auch zur Version mit 4GB weniger VRAM greifen, denn für die 3060 mit 8GB werden gerade ca. 350 Euro veranschlagt. Für die RX 6700 mit 10GB wären teils ca. 400 Euro fällig, sodass im Vergleich zur RX 6700XT noch einmal 40 Euro eingespart werden könnte, wenn man denn den geringeren Speicher und die Leistungsunterschiede für 10% Preisreduktion in Kauf nehmen möchte. Die allerstärksten und schnellsten Gaming-PCs sind Dezember 2022 ohne Frage nur mit Intel und Nvidia zu erreichen. Günstige Spielerechner wird es hier keine geben. Dafür sind die veranschlagten Preise schlicht viel zu hoch. Dennoch lädt das Schwadronieren über die dicksten Brummer gern zum Träumen oder Ausgeben ein. Als Basis nehmen wir sowohl für Intel als auch AMD DDR5-Speicher mit mindestens DDR5 5600 oder noch besser DDR5 6000, wie etwa das Trident Z5 Neo für 220 Euro. Für den Kühler sollte ein Noctua NH-D15 ausreichen oder man geht gleich zum Kompaktwasserkühler, also einer All-in-One oder noch besser einem modularen Eigenbau. Bei der SSD ist WD Black SN850X mit einem Terabyte für ca. 100 Euro die sinnvollste Wahl. Netzteile mit RTX 2.4 oder 2.5 sind nicht schlechter geworden, nur weil einige RTX 3.0 Modelle auf den Markt kommen. Für alle erhältlichen GPUs ist RTX 3.0 nicht notwendig. Es reicht praktisch jedes qualitative Netzteil aus, solange die Last nicht die Nennleistung überansprucht. Wichtig für die RTX 4080 und 4090 sind breite und recht gut belüftete Gehäuse wie etwa das Shreklet Torrent. Das Torrent wäre mit einer maximalen CPU-Kühlerhöhe von ca. 188 mm für die seitlichen 12 Volt High-Power-Anschlüsse eine gute Wahl. Vor einem Gehäusekauf solltet ihr jedoch genauestens planen, welche Teile ihr an welcher Stelle im Gehäuse verbauen wollt. Durch die Netzteilkammer an der Oberseite ändert sich einiges, weil Kompaktwasserkühler nicht so einfach an der Decke montiert werden können. Und ein Aufbau, bei dem die Pumpe der All-in-One-Kühlung der höchste Punkt ist, kann für dauerhafte Schäden sorgen. Der Boden fällt daher als Radiatorplatz für All-in-Ones in der Regel raus. Planung bleibt bei Rechnern also immer noch die halbe Miete. Sowohl Intels Raptor Lake als auch AMDs Ryzen 7000 unterstützen beide DDR5-Arbeitswecher, setzen aber ansonsten auf völlig verschiedene, aber nicht minder interessante Architekturkonzepte. Bei den Mainbots lässt es sich allerdings weitersparen, solange ein Verzicht bei der Platin eine Option ist, insbesondere beim Intel-Build. Der Ryzen 7900X lohnt sich für einen Spiele-PC praktisch gar nicht. Der Intel i9-13900K gewinnt nur wenige Prozentpunkte gegenüber dem i7-13700K, ist dafür aber auch mit ca. 700 Euro bedeutend teurer. Die stärkeren CPU-Varianten solltet ihr nur mit einem bestimmten Zweck wählen, etwa bei täglichem Videoschnitt, Streaming oder ähnlichen Szenarien. Die Z790-Mainbots bieten zwar teils bessere Anbindungen, aber eine günstigere Z690-Platin mit UEFI-Update dürfte für die meisten Anwender absolut ausreichen. NVIDIAs Ada Lovelace-Generation wird nicht durch rohe Leistung von AMDs Radeon RX 7900XTX geschlagen, dafür aber mit einem deutlich attraktiveren Preis. Die Radeon-Karten erscheinen am 13. Dezember 2022. Inwiefern die Praxisleistung überzeugen wird, bleibt zum Dreh daher noch abzuwarten, ebenso wie die Marktpreise. Während die RTX 4090 keine Verkaufsschwierigkeiten hat, ist die RTX 4080 für die meisten Anwender viel zu teuer. Kein Wunder, denn ca. 1500 Euro für eine RTX 80er-Karte ist ein großer preislicher Sprung. Während NVIDIAs Karten auf den neuen 12-Volt-High-Power-Stecker bauen, bleibt der klassische 8-Pol-Stromstecker bei AMWs neuer Generation. Wer genug Geld hat, sollte lieber gleich zur RTX 4090 statt der 4080 greifen. Wenn schon, denn schon. Der 13700K wird mit schnellem DDR5-Speicher noch auf sehr lange Zeit ausreichen und bei der Platine müsst ihr selbst entscheiden, wie viel ihr ausgeben wollt. Ich persönlich würde eher zur günstigeren Variante greifen, aber jeder Anwender hat auch abweichende Anforderungen. Das TUF Power GF3 mit RTX 3.0 ist nicht notwendig, aber dafür hätte man theoretisch auch bei kommenden, hoffentlich nicht so teuren, PCI 5.0-Karten Ruhe. Ansonsten würde auch ein 850-Watt-2.4-Netzteil ausreichen. Übrigens, zur Praxis mit der RTX 4090 und 4080 wird es in der PCGH-Ausgabe 01.23 einen Artikel geben, mit Punkten zum Tuning-Potenzial, Overclocking, Undervolting, Neuigkeiten zum 12-Volt-High-Power-Stecker und vieles mehr. Wer dir gerade ohnehin überlegt, einen neuen Rechner zu kaufen, dann greift es zur DVD-Version der 01.23, denn da packen wir das gesamte Magazin-Jahresarchiv 22 als PDF rein. Ich könnte euch vorstellen, da stecken viele hilfreiche und detaillierte Artikel drin. Wer einfach nur zocken und nicht unverschämt viel ausgeben will, der kommt aktuell mit einem AMD-Doppelpaket wie dem Ryzen 5600 und einer RX 6600 sehr fair weg. Wer mehr GPU-Power möchte, sollte auch einen Blick auf die RX 6700 XT oder die RTX 3060 werfen. Wenn ihr nicht wisst, wie die Karten oder CPUs untereinander skalieren, dann keine Sorge, wir haben sehr ausführliche Performance-Balken über die Jahre hinweg. Im Webartikel findet ihr alle Links, Tipps und Preisvergleiche, sodass ihr euch selbst einen Rechner zusammenstellen könnt. Ich weiß, ich sag's jedes Mal, aber eure Unterstützung in Form eines Likes, Abos und vor allem der Glocke helfen uns enorm. Mit der Glocke verpasst ihr kein Video von uns. YouTube kann da manchmal gnadenlos sein. Wenn ihr weitere PC-Vorschläge oder Fragen habt, dann zögert nicht, die in die Kommentare zu schreiben. Mit dem Hashtag FragPCGH können wir bei Anmerkungen genauer filtern und diese auch in einem kommenden Video beantworten. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! IchTiny 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 IchTiny